Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga. Ich habe euch vor kurzem ja das Video vorgestellt, 10 Tage Blackout, was passiert da. Und ihr habt es gesehen, es ist eigentlich ziemlich dramatisch, was da passiert. Und ich habe euch in dem Video Blackout 2023 durch die Energiewende zeigt, dass ein Blackout wahrscheinlich ist. Das österreichische Bundesheer und die österreichischen Experten gehen von einer Wahrscheinlichkeit 100% aus. Das heißt, wir wissen, er kommt und wir wissen, er wird dramatisch. Also haben wir jetzt aber noch die Gelegenheit, uns darauf sinnvoll vorzubereiten. Denn, wie ich es in dem Video mentale Vorbereitung auf eine Krise gesagt habe, der Vater, dessen Kinder dann am Verdurschten sind, am Verhungern oder am Erfrieren, der wird Panik bekommen. Und der, der ein paar Vorbereitungen getroffen hat, der macht sich halt eine Tasse Kaffee. Das ist der große Unterschied. Der Sascha von Waldheix TV hat das so schön umschrieben. Die Leute verlassen sich halt mittlerweile zu 100% auf den Nenni-Staat. Was aber, wenn dieser Nenni-Staat nicht mehr funktioniert? Zum Beispiel bei einem Blackout. Wenn Sie die Verantwortung für euch und eurer Familie und alle Angehörigen selber übernehmen müssen. Was ist dann? Seid ihr vorbereitet? Und ich werde euch jetzt anhand des Videos Blackout 10 Tage zeigen, wie einfach das manche Vorbereitungen gehen und wie ihr euch richtig vorbereiten könnt. Und wenn dich das Thema interessiert, bleib einfach dran. So Leute, zum Nenni-Staat und dass es den nicht mehr gibt. Zu diesem Fazit kommt auch die Studie der Bundesregierung, die euch mal mehrere Teile vorgestellt hat. Von Büro für Technik Folgeabschätzung des Bundestages. Wie die zuvor dargestellten Ergebnisse haben auch die weiteren Folgeanalysen des THB, dieses Büros, dass bereits nach wenigen Tagen im betroffenen Gebiet die flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Gütern und Dienstleistungen nicht mehr sicherzustellen ist. Sprich, es gibt nichts mehr zu kaufen. Ende. Aus. Die öffentliche Sicherheit ist gefährdet. Der grundgesetzlich verankerten Schutzpflicht für Leib und Leben seiner Bürger kann der Staat nicht mehr gerecht werden. Nenni-Staat ist dann nicht mehr. Und jetzt beginnen wir mit der Geschichte. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, die hat begonnen. Wir wachen am Morgen auf und haben verschlafen, weil der Wecker nicht ging, weil der eben mit Strom läuft. Wie kann man das relativ einfach umgehen? Jeder von uns hat so ein Handy-Ding und da ist ein Wecker mit dran. Ist bei mir der zweite Wecker, ist quasi immer mit dabei. Sollte ich den ersten Mal überhören oder versehentlich ausschalten, wieder einschlafen, dann weckt mich der zweite. Ist glaube ich der einfachste Typ, hat wahrscheinlich auch die meisten von euch so gemacht. Was ist, wenn es aber dann stark finster ist in der Bude? Und das ist eins der meist unterschätzten Dinge, weil man ja sagt, naja, so wie bei mir, wenn ich die Lichter ausschalte, ist es trotzdem noch hell, weil ich habe ja Straßenlaternen vor der Tür. Nur, die funktionieren dann nicht mehr ohne Strom. Sprich liebe Leute, ihr müsst euch selber irgendwie Licht verschaffen. Und da werde ich aber ein eigenes Video machen, da habe ich also ein paar Spezial-Sachen dabei. Das ist zum Beispiel einmal diese Lampe, die man hier so aufziehen kann. Den man mit Solar laden kann, die sogar noch eine zweite Lampe dabei hat, wo man also zwei Räume locker beleuchten kann und die sogar noch eine Powerbank ist. Also richtig cool für den Blackout. Perfekt. Dann gibt es auch noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel hier dieses Lautherrnchen von Olight, das super ist für solche Zwecke. Oder halt eine normale Taschenlampe. In dem Fall natürlich logischerweise von Olight. Aber da gibt es ein eigenes Video dazu, weil da gibt es so viele Sachen und das ist so wichtig, dass ich gesagt habe, da mache ich ein separates Video dazu. Was natürlich zum Licht auch dazugehört, ist auch Licht ohne, dass man gesehen wird. Zum Beispiel wie hier mit so einem Nachtsichtgerät, die gibt es relativ günstig, das werde ich testen. Und ich bin gerade an einem Deal dran, dass ich eben auch ein sehr günstiges Infrarot, also wärmes Bildgerät, Bildkamera kriege. Und eben auch noch ein bisschen besseres und dann werde ich euch das auch natürlich mit vorstellen, weil das ist natürlich super. Da kann ich nämlich die anderen sehen, aber die mich nicht. Und das kann in einer Krise richtig wertvoll sein. Wenn ich schon sehe, wenn lang vorher einer schon in der Straße daherkommt und der sieht aber mich nicht, weil ich keinen Taschenlampenschein nicht habe, kann mein Leben retten. Gut, jetzt haben wir ja gesagt, als nächstes wollt ihr einen AWG wahrrufen, weil ihr habt es ja verschlafen, nur euer Telefon funktioniert nicht. Warum? Die Fritzbox braucht Strom und ohne Strom geht die nicht. Und hierfür ist es natürlich super, wenn ich eine Powerbank habe in irgendeiner Art und Weise mit 230 Volt. Ob das jetzt zum Beispiel, wenn ich die vorgestellt habe, die Powerbank von Power Oak, die EB150 mit 1500 Wattstunden. Oder auch den kleinen Bruder dazu, die AC50S, den ich euch hoffentlich bald vorstellen kann. Kommt aber auch ein separates Video dazu, dann kann ich halt die Fritzbox dort anstecken und kann dann weiterhin Internet nutzen und kann weiterhin telefonieren. Ob man AWG allerdings die gleiche Idee hatte, das weiß ich natürlich nicht. Aber ihr müsst euch bedenken, wie kommuniziert ihr denn dann? Ihr könnt ja nicht einmal eine Kinder anrufen, vielleicht an die gerade noch in der Schule oder wie auch immer. Und von dem her ist auch dies ein wichtiges Thema. Da kommen wir aber dann später noch drauf, eben mit Kommunikation, was man da machen kann. Was natürlich auch sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel jetzt kein Powerbank nicht hat, aber vielleicht hat man ein Aggregat mit Inverter oder mit AVR, je nachdem. Das kann man natürlich genauso gut verwenden dafür. Gerade am Anfang ist es natürlich hochinteressant, Meldungen zu bekommen. Ist der Stromausfall lokal bei uns, ist er nur ein paar Straßen, trifft er den ganzen Kreis, das ganze Land, ganz Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder ganz Europa. Und das ist eine verdammt wichtige Info, weil wenn ich weiß, es trifft ganz Europa, dann muss ich mich auf einen längeren Dauernden Stromausfall einstellen. Definitiv. Was ist jetzt aber, wenn ihr jetzt Hilfe braucht? Das kann ja möglich sein, ihr gelangt in eine Glasscherbe rein. Unfall kann immer mal passieren. Oder ihr habt einen Autounfall draußen. Wie könnt ihr denn einen Notruf anrufen? Wir haben ja festgestellt, Handynets sind wahrscheinlich nullkommanix überlastet und viele Handymasten gehen 22 Minuten. Dann war es das, manche vier bis fünf Stunden. Sind aber oft noch 20 Minuten überlastet, weil dann ruft natürlich jeder die Mami und sagt, ist bei dir auch Stromausfall. Und diese unwichtigen Telefonate machen dann natürlich Probleme für die, was wichtig ist. Wenn du jetzt aber keinen Notruf absetzen kannst, wäre es natürlich wichtig zu wissen, wo kriege ich denn Hilfe? Wo kann ich denn Hilfe machen? Das kann zum Beispiel sein, die Gemeinde, das Landratsamt, das Krankenhaus, Feuerwehr, THW, Rotkreuz, Malteser, MHW, ASB, wie sie alle heißen. Aber wo sind die? Das heißt, besorgt ihr euch doch von einer Gemeinde, ich habe hier zum Beispiel mal Gemeinde Grasau. Da gibt es meistens kostenlos eine Touristinfo. Einfach mal so einen Plan und zeichnet mal die wichtigsten Sachen ein. Oder ihr geht es an die Gemeinde dann und fragt sich, ob die nicht auch mal so einen Ratgeber-Blackout machen, wie hier diese Gemeinden zum Beispiel. Und bei dieser Gemeinden ist es dann quasi so, ihr seht es hier in der Mitte. Hier sind einfach eingezeichnet, so wie Feuerwehrhaus Bauhof, wo dann alle möglichen Sachen, wo dann quasi so Punkte sind, wo ich noch drauf absetzen kann, wo quasi jemand da ist, der einen BOS-Funk in der Hand hat und eben dort die anderen Hilfsorganisationen rufen kann. Also wichtiger Punkt, sollte man jetzt vorab machen, kostet auch nichts. Aber wenn man es dann versucht, wenn es soweit ist, Internet habt es dann keinen. Das heißt, ihr könnt es dann nicht mehr nachschauen. Wo sind die Sachen? Also hier würde ich definitiv einfach mal nachschauen. Ich bin ja gerade dabei, der ist jetzt ziemlich fertig, mein Vortrag. Blackout für Gemeinden, für Landratsämter etc. Weil ihr könnt euch noch so gut vorsorgen, wenn nach zwei Tagen kein Wasser mehr da ist und der Nachbar Durst hat, dann kommt er zu euch. Wenn er Hunger hat, dann kommt er zu euch. Also wäre es ja sinnvoll, wenn man die Gemeinden mit einbindet, dass die zum Beispiel die Wasserversorgung nicht nur 24 Stunden aufrechterhalten, sondern länger. Und dafür gibt es einen eigenen Vortrag für Gemeinden etc. Und danach gibt es ihm dann vom Walter eine Möglichkeit, die die Gemeinden nutzen können. Das kostet auch nicht die Welt, wo er quasi die Gemeinde dann Blackout sicher macht. Das sind oft einfache Sachen. Vielleicht ein Stromaggregat für die Tankstelle, Stromaggregat und Diesel dementsprechend als für die Quellen an der Wasserversorgung. Dass man dort ausreichend hat, das kann man mit der Gemeinde machen. Und wie gesagt, dafür gibt es einen Vortrag. Da kommt aber bald ein eigenes Video. Wer also dann seine Gemeinde dementsprechend darauf hinweisen will, dem stehe ich dann zur Verfügung. Wie kann man dann buchen und einen Walter eben dann auch. So, wie könnt ihr denn jetzt auch selber jetzt so eine Kommunikation aufrechterhalten, zum Beispiel mit ein paar Bekannten mit Spätzln. Da habe ich euch ja schon mal das Baufeng vorgestellt. Da wird demnächst auch noch ein eigener Teil kommen zum Thema Kommunikation. Da gibt es mittlerweile ein paar Updates zu dem Ganzen. Und ich empfehle euch dazu, das USB-Ladegerät dazu zu haben, weil dann kann ich das mit meiner Powerbank da oben wunderbar laden. Oder wer so wie ich die Power Oak hat, die wo 230 Volt Anschluss hat, da kann ich das normale Ladegerät hernehmen. Und mit den Dingen, gerade mit der langen Antenne, ihr wisst es, nicht funken, solange keine Krise ist, hat sich das Ding sehr bewährt. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Bekannten habt, wo ihr sagt, im Krisenfall würde ich gerne mit denen zusammenarbeiten, startet ihr die auch mit den Dingen aus. Aber wie gesagt, dazu kommt ein eigenes Video, wo ich mal PMR, die Baufeng und vielleicht auch digitale Variante vorstellen möchte. Da bin ich gerade noch am Verhandeln. Was ja auch einen guten Tipp gibt, vielleicht ist ja mal irgendwie, es muss ja nicht ein Blackout sein, aber vielleicht auch eine Schwemmung oder sonst was und ich kann mich am eigenen Haus nicht treffen, dass ihr einen weiteren Treffpunkt ausmacht, möglichst abgelegen, wo ihr euch in Ruhe treffen könnt, wo die nur ihr und eine Familienmitglieder kennen. Ihr habt z.B. mit der Miri so einen Treffpunkt, die weiß genau, wo sie hin muss, wenn wir aus irgendwelchen Gründen daheim nicht mehr sein können. Auch ganz einfach kostet auch nichts, da muss man einfach mal drüber geredet haben. Dann der nächste Punkt, ich habe euch ja gesagt, danach fährt man ja an die Tankstelle, weil man hat ja wieder nicht getankt, wie man es halt so öfters macht. Nur die Tankstellen sind natürlich dicht, weil die Pumpen Strom brauchen und ohne Strom gehen die nicht. Und da gibt es natürlich was ganz einfaches. Ein Benzin, Dieselkanister, je nachdem was man braucht. So ein 20 Liter Kunststoff, kann man auch Eisen nehmen, aber ich glaube, der Kunststoff hat mir jetzt 2 oder 13 Euro gekostet. Also so gut wie nichts. Und wenn ich den einfach befülle und den befülle ich jetzt dann, den habe ich jetzt gerade reingekriegt, und dann wäre ich quasi, bevor ich zum Tanken fahre, tue ich hier die 20 Liter ins Auto rein, tanke wiederum den beim Tanken mit voll. Und so habe ich immer 20 Liter, die, die immer gut sind, weil ihr wisst ja, ein normales Diesel mit dem Bio-Anteil hat, das hält halt vielleicht noch 3, maximal 6 Monate und dann war es das. Oder ihr holt euch den Benull-Diesel an der Tankstelle, wo es den gibt, der halt bis zu 2 Jahre. Und Benzin ebenso. Also auch hier, wie gesagt, wenn kein Bus nicht geht, wenn keine Bahn nicht geht, die ja im Blackout-Fall auch nicht mehr gingen, dann habe ich hier eben noch die Möglichkeit, mit 20 Liter Chemie knapp 300 Kilometer, um hier meine Mobilität sicherzustellen. So Leute, was aber, wenn ihr gerade am Arbeitsplatz seid, wenn eine Kinder gerade in der Schule haben, oder die Frau am Arbeitsplatz ist, wie kommen die wieder heim? Viele fahren ja mit Bus und Bahn und die gehen dann vielleicht nicht mehr. Wie kommen die heim? Habt ihr das schon mal getestet? Haben die einen Weg? Wissen die, wie die heimkommen? Habt ihr eine Karte, die die dabei haben, dass die wissen, wie komme ich denn wieder heim? Und wisst ihr, welchen Weg die geht es, falls ihr denen entgegenfahrt, um die abzuholen, dass die nicht vielleicht einen anderen Weg nehmen und ihr euch verpasst es? Also auch das wäre wichtig. Oder meinem Partner zu zeigen, du pass auf, ich bin zwar 40 Kilometer weg in der Arbeit, aber ich werde dann den Weg gehen, wenn du mich abholen willst, dann fahr genau diesen Weg, weil dort werde ich sein. So kann man sich eben schön absprechen. Nehmt euch ein Get Homebag in irgendeiner Art und Weise mit, mit so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Rettungsdecke, ist ganz wichtig. Die kann ich auch mal als Poncho verwenden, die kann ich eben nicht umlegen, also nehmt hier mehrere mit, die wiegen fast nichts. Dann natürlich, klar, da gehört dazu, irgendwie ein kleiner Riegel, wie eben so ein Panzerkeks oder die 9-Panzer-Kekse von Conva. Und die bin ich richtig gespannt, ich habe es noch nicht testen dürfen. Ich komme demnächst im Video dran, weil ich liebe ja Panzerkekse. Irgendeine Wasserflasche, irgendwas zum Trinken oder vielleicht halt auch so ein Weifut-Ding ist natürlich super zum Mitnehmen. Wiegt natürlich schon wieder 350 Gramm oder 500 Gramm, die große Dosen. Aber da ist natürlich alles drin, da ist ja auch mal zwischendrin, wenn es länger dauert. Was ist denn gut? Der Snickers hat einfach das Auge, immer. Natürlich auch wichtig, irgendwo ein Messer dabei zu haben. Mit dem Messer kann ich mir sehr viel bauen. Da stelle ich euch ein Beut ein paar von Wolfgangs, habe ich jetzt vier Stück gerade im Test da. Das kommt auch demnächst im Video. Oder halt natürlich, was für mich in die Serie gehört, ist so eine kleine Taschenlampe. Hier zum Beispiel bei mir ist die Warrior Mini mit dabei. Ich finde die genial, die hat 1500 Lumen, die hat richtig Power und die leuchtet aber trotzdem nur stundenlang, wenn ich auf der normalen Stufe das Ganze mache. Also von dem her, top. So und jetzt stelle ich euch einmal eine Frage. Ihr wisst, der Blackout kann jederzeit passieren. Und ihr werdet ab 2023 immer wahrscheinlicher. Habt ihr denn für 10, 14 Tage Essen daheim? Wasser daheim? Und wenn nicht, warum nicht? Und warum ändert es das nicht? Wenn es nicht mehr geht es an den Supermarkt, kauft es einfach mal von ein paar Sachen mehr und wieder mehr und dementsprechend. Es wird auch ein Video geben, welchen Notfahrrad ist denn super. Da stelle ich ein paar Sachen vor. Gerade heute sind eben gekommen, zum Beispiel ein Kuchen, der bis 2036 haltbar ist. Oder eben auch so Landbrot, das bis 2031 haltbar ist. Da bin ich echt gespannt auf die Tests. Und eben andere Sachen. Natürlich ganz klip und klar, für mich Notfahrrad ist das Weihfoodpulver perfekt. Drei sehne Baggerl und ihr habt so ein 10-Tages-Fahrrad in drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Total leicht. Da sind aber 13 Vitamine, 13 Mineralstoffe drin. Das hat keine andere Notnahrung. Es gibt keine andere, die so viel drin hat. Und von dem her auch noch zum Toppreis eine Nahrung mit meinem Rabatt. 10% blende ich euch ein. Für 1,51 pro Mahlzeit. Da kann man auch nicht jammern. Also total leicht. Ich brauche noch ein bisschen Wasser dazu. Ich schalte mir das und habe eine super Notnahrung. Aber wie gesagt, da gibt es ein eigenes Video dazu, wo euch mal alle möglichen Sachen, auch mal was man aus dem Supermarkt noch nicht mehr kommt, was sehr günstig ist, dass man hier diesen 10-Tages-Fahrrad hat. Weil der kehrt einfach jetzt her. Nächster Punkt. Und jetzt wird es ganz dramatisch. Ihr habt es ja dann da und ihr wollt euch einen Kaffee machen. Aber die Kaffeemaschine geht nicht. Er ist da. Was macht ihr da? Tja, jetzt hat man vielleicht noch so wie ich so diesen Pulverkaffee daheim. Aber der ist kalt natürlich auch grausig. Das heißt, ich muss mal Wasser warm machen. Nur der Ofen geht nicht ohne Stamm. Das heißt, nehmt euch doch irgendwann Gas kochen. Ob das jetzt, ich tue euch einmal verschiedene. Ich habe einen von Highlander. Ich habe einen von, ach, was kann man wieder heißen, eben so mit Platten. Die haben perfekt dafür. Ich tue euch ein paar Beispiele in meinen Amazon-Shop mit ein. Schaut es da einfach mal mit rein. Die kosten nicht die Welt. Aber hey, liebe Leute, während die anderen dann frühen, könnt ihr euch hier einen warmen Tee machen, einen warmen Kaffee machen. Gibt es was Besseres? So, ihr habt euch jetzt daheim, ihr habt euch jetzt einen Kaffee gemacht, habt euch was gegessen, merkt so, ups, irgendwie wird es langsam kalt. Warum? Ja logisch, die Heizung funktioniert natürlich auch nicht und es ist völlig egal, ob es ihr Gas, Benz, Diesel oder sonst irgendwas habt. Es wird nicht, also nicht Diesel, Heizöl, es wird nicht funktionieren ohne Strom. Das heißt, ich muss mir dann irgendwie einen Notstrom haben. Auch dazu wird es ein komplett eigenes Video geben, weil es da auch so viele Möglichkeiten gibt. Da habe ich dann eben die Möglichkeit, euch mal so einen Teelichtofen zum Testen mal zu zeigen oder eben, die habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt, diese Gasheizung zum Beispiel, die sehr gut funktioniert. Dazu brauche ich natürlich immer einen Kohlenmonoxid-Warner dazu. Oder andere Sachen noch, da wird es noch ein paar Sachen geben, das ist auch ein eigenes Video, weil das ist für mich eins der wichtigsten Punkte, wenn es nämlich einfach mal mehrere Tage kein Strom geht und es ist Winter, dann wird es in der Wohnung arschkalt. Und wer sich dann erkältet und vielleicht auf dem Dock angewiesen ist, der dann leider nicht mehr da ist, der hat ein richtiges Problem. Und deswegen müssen wir dem tatsächlich einiges an Aufmerksamkeit schenken. So, jetzt geht es aber da und ihr wollt natürlich wissen, wie geht es denn weiter? Wie gesagt, ist das jetzt ein kleiner Stromausfall, ist es ein großer, wie auch immer. Und wie kriege ich da Informationen? Naja, zum einen gibt es eben die Möglichkeit, Fernseher zu schauen. Der Fernseher braucht aber Strom. Wer jetzt die Möglichkeit hat, eine Satellitenschüssel sein eigen zu nehmen, der kann mit so einer Powerbank, mit so einer großen, auch den Fernseher, den Satellitenresiver und auch die Satellitenschüssel betreiben. Es gibt es aber auch im Camping-Variante, das ist dann so eine kleine Schüssel und so ein kleiner Resiver. Ich tue euch mal unten rein, ich habe den noch nicht getestet, das steht bei mir als nächstes auf der Wunschliste. Das werde ich dann auch mal vorstellen, wie das funktioniert. Aber ich habe so in der Rezession gelesen, dass das sehr gut funktioniert. Und wenn ich dann die Powerbank habe, wie die PowerOck, dann habe ich halt auch weiterhin Nachrichten, weil die Deutschen senden vielleicht nicht mehr, die Österreichischen vielleicht auch nicht mehr, aber vielleicht die Amerikanischen. Und die werden garantiert sehr viel dann über einen europäischen Blackout berichten. Und so bin ich halt immer wesentlich besser informiert. Es gibt natürlich auch noch die einfachere Methode, der klassische Radio. Aber denkt ihr, ihr braucht Batterien dafür oder ihr habt eben sowas, wo hinten so ein Kurbel dran ist, dass ich eben kurbeln kann, das ganze Ding. Vielleicht braucht man noch einen Sender, aber ansonsten. Also so ein Kurbelradio ist da zum Beispiel optimal. Das kann ich sogar hernehmen als kleine Powerbank. Aber macht euch da bitte nicht zu viel Gedanken, selbst wenn ich da eine halbe Stunde lang kurbel, und das ist echt anstrengend mit der Zeit. Oder auch dieses kleine Solarpanel, was drum ist. Das ist eher mehr, um den mit Strom zu versorgen. Da kann ich vielleicht mal im Notfall mein Handy so, dass ich vielleicht noch kurz was schauen kann. Aber das funktioniert mit dem Kurbelradio nicht so gut. Was auch eine super Möglichkeit ist, haben wir ja vorher schon geredet, wenn ich dieses Powerfeng mein eigen nenne, dann kann dieses Powerfeng natürlich auch Radio empfangen. Dann kann ich sogar noch Party machen in der Krise. Also wichtig für mich, dafür nehme ich eigentlich jetzt Hauptzelle her, wenn ich irgendwo draußen bin, höre ich oft mal Radio. Und kann im Notfall sogar noch irgendwen anrufen, wenn irgendwas wäre. Was ist der nächste Punkt? Es gibt natürlich auch noch das Autoradio draußen, aber da muss ich halt jedes Mal alle halbe Stunde rausrennen und hören, was ist los. Weil man muss wissen, die staatlichen Sender, die haben Notstromaggregate für bis zu sieben Tage, soweit ich das weiß. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass die noch einige Tage senden, dass ich zumindest Informationen kriege. Was ist es denn? Ist es wie gesagt, nur ein kleiner Lokaler oder muss ich mich auf etwas Längeres einstellen? Und diese Informationen zu haben oder nicht zu haben, kann den Unterschied machen zwischen Leben und Tod in einer Krise. Also Informationen sind extrem wichtig. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, wenn Sie einen Amateurfunker kennen, stellt es euch gut mit dem, weil der hat wahrscheinlich noch viel mehr Infos durch die anderen Amateurfunker, sodass er eben sagen kann, dort ist das, dort ist das, dort ist das. Ihr könnt es aber auch selbst in Amateurfunk-Schein machen, dann dürft ihr sogar so ein paar Fänge legal benutzen. Das ist gar nicht so dramatisch, ihr kennt es mal unter D-A-R-C, das ist DART, das ist quasi der Amateurfunkverband bei uns in Deutschland und die machen sogar, da kannst du den ganzen Kurs online machen, bis auf die Prüfung, glaube ich, den musst du dann offline machen in deinem Ding vor Ort, ist aber natürlich super, dann lernst du mal die anderen Amateurfunker kennen. Es gibt noch eine coole Methode, das ist über Satelliten, weil die werden ja einige Wochen mit Sicherheit weiterlaufen noch. So ein Satellitentelefon, da bin ich gerade mit einem Hersteller in Kontakt, ich weiß nicht, wie es ausschaut, ob er jetzt doch eins rausrückt oder leider nicht. Und da gibt es nämlich mittelig so einfache SAT-Systeme durch euch mal unten, nein, ihr könnt es euch dann selber anschauen. Also alle Artikel, was ich euch vorstelle, sind bei mir, ich habe die jetzt einfach mal, weil es zu viel hat, im Amazon-Shop zusammengefasst als Blackout-Krisenvorsorge, da ist das dann auch mit drin und damit kann ich zwar nicht telefonieren, aber ich kann mir Nachrichten schicken und ich kann meinen GPS-Standort weiterleiten an jemand anders. Ist auch super, wenn ich in die Berg drin bin und ich habe ein Problem, dann drücke ich die SOS-Tasten und dann kommt Hilfe. Also auch außerhalb der Krise kann ja mal was passieren oder ich bin im Wald unterwegs oder sonstiges. Und ich kann da auch meinen Standort wegschicken, so dass jemand, der mich sucht, immer meinen Standort hat, kann ich, was weiß ich, eben alle 60 Minuten, alle 15 Minuten hochschicken. Ist also eigentlich ein cooles Teilchen. Wie gesagt, ich hoffe, ich kriege es, ich weiß es aber noch nicht. So, wir sind immer noch bei 0 bis 5 Stunden, die einfachen Sachen, die man auch ohne überlebt, aber die Sachen, die wir jetzt gesagt haben, die brauche ich auch, wenn es dann weitergeht. Aber dazu mehr in Teil 2, deswegen unbedingt abonnieren. Es gibt ja noch einige Teile, einmal eben dem Licht als eigenen, einmal kommt Wasser als eigener Teil, einmal in Notnahrung als eigener Teil und natürlich geht es noch weiter. Wir haben ja gerade mal die Phase 1 bis jetzt gehabt. Wenn du Fragen hast, ab in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, natürlich liken. Ansonsten sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Autarkimia. Servus!